Ich bin Melissa und arbeite in einer Kinder- und Jugendwohngruppe in Dassendorf. Mich begeistern die Kinder. Wenn ich weiß, die Kinder sind zufrieden mit mir, die Kinder fühlen sich bei mir wohl, habe ich mein Ziel erreicht. Ich würde den IB als Arbeitgeber weiterempfehlen, weil man wertgeschätzt wird. Das Arbeiten im Team läuft super und ich bin froh beim IB zu sein. Ich freue mich total, dass ich Melissa in meinem Team habe und ihr ein berufliches Zuhause bieten kann. Ich habe es beim IB auch gefunden und ich würde mich total freuen, wenn du dich auch bewirbst und in mein Team kommst. Ich habe es beim IB auch gefunden, weil du dich auch solltest, Ich habe es beim IB auch gefunden, dass ich den Inkums mal bewirbst. Ich hoffe, ich bin mir sicher, dass ich dich etwas vorwärter, ich bin mir sicher zu sehen, dass du dich zu tun hast,